Vorhang auf! Für die neue Fisch und Fang heißt es ab 14. Dezember. Mit der Januar-Ausgabe starten wir in ein neues Zeitalter. Freuen Sie sich auf noch mehr fischreiche, spannende und praxisnahe Artikel. Alles im neuen, modernen Gewand. Auch die beiliegende DVD wird Sie begeistern, denn hier ist wie immer für jeden etwas dabei. Begleiten Sie zum Beispiel Hans Eiber nach Schweden. Gemeinsam mit anderen Fliegenfischern folgte er dem Ruf der großen Scherenhechte. Matze Koch blickt auf seine Angelanfänge zurück und zeigt in seinem Film, wo seine Anglerkarriere ihren Anfang nahm. In der Profiliga stehen sich im ersten Halbfinale dieser Saison Johannes Dietl und Jörg Owens gegenüber. Die beiden Angler schenken sich nichts und erwischen zwei perfekte Angeltage an Johannes' Wahlgewässer. Dass man Forellen nicht nur braten oder räuchern kann, zeigt Jan Lok. Er bereitet seine Forellen dieses Mal im heimischen Kaminofen zu. Mensch im Drill heißt es ebenfalls auf unserer Januar-DVD. Birger Domeyer geht der spannenden Frage nach, ob man als Schwimmer gegen modernes Angelgerät überhaupt eine Chance hat. Dem sagenumwobenen Königslachs jagten Markus Heine und Henning Stüring nach. In der Wildnis Alaskas erlebten sie ein spannendes Abenteuer. Ab 14.12. überall im Handel. Fisch und Fang. Das Erlebnismagazin für Angler. Wie immer mit Gratis-DVD.